Musik Schon mal von Turbadil gehört? Wenn nicht, dann wird es aber Zeit, dass man dort mal hinfährt. Von Landeck aus gesehen ist es nämlich die Alternativstrecke, um zum Arlbergpass zu gelangen. Zunächst kurft man also weit bergan, erlebt eine traumhafte Aussicht, um dann auf einer kleinen Piste hinunter in das Tal der Trisana zu fahren. Da darf man auch ungestraft behaupten, wer die Bundesstraße von Landeck zum Arlberg unter die Räder nimmt, ist selber schuld. Musik Bis zum nächsten Mal. Musik Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017